Musik Hallo Kinder, ich hab euch etwas Schönes mitgebracht, hihihi. Schnell, schnell, besorgt euch viel Knoblauch, denn die Geister sind los im Kinderkanal. Einen ganzen Tag lang Gruseln, Gänsehaut und Zähne klappern beim großen Spucktag. Ihr werdet die Ersten sein, denn der Spuck aus der Gruft lehrt euch das Fürchten. In einer Gespensterpremiere, exklusiv nur im Kinderkanal. Außer dem Monster, Phantome und Phänomene, ist das nicht schrecklich schön? Der Spucktag am 22. November im Kinderkanal. Man nennt mich Karlsson, der weltbester Karlsson und mit Recht. Wer kann fliegen? Was ist los? Wer kann fliegen? Ein kleiner, dicker Mann, er hat einen Propeller auf dem Rücken und ist geflogen. Das ist ja unglaublich. Lass mich mal probieren. Hände weg vom Scheißdruck. Langsam, langsam, bevor man seinen Kopf kaputt macht, sollte man sich lieber eine Dampfmaschine vornehmen. Karlsson auf dem Dach, heute um Viertel vor Fünf im Kinderkanal. Viertel vor Fünf im Kinderkanal. Zwei mal drei macht vier, bide, 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 bitt und drei macht neune. Ich mach mir die Welt, bide, 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 wie sie mir gefällt. Hey, Pippi Langstrumpf, jalla, he, jalla, he, jalla, hopp, sa, sa. Hey, Pippi Langstrumpf, die macht, was ihr gefällt. Drei mal drei macht sechs, bide, bide, wer will's von mir lernen? Alle groß und klein, tralalala, lad ich zu mir ein. Ich hab ein Haus, ein gutterbuntes Haus, ein Äpfchen und ein Pferd. Wir schauen doch zum Fenster raus. Ich hab ein Haus, ein Äpfchen und ein Pferd. Und jeder, der uns mag, kriegt unser Einmal-Eins-Gelehrt. Zwei mal drei macht vier, bide, 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 bitt und drei macht neune. Wir machen uns die Welt, bide, bide, wie sie uns gefällt. Drei mal drei macht sechs, bide, bide, wer will's von uns lernen? Alle groß und klein, tralalala, lad ich zu uns ein. Das ist mein Bruder Tommi. Er ist schon noch... Das ist mein Bruder Tommi.